Es ist Sommer und super heiß. Du hast dir eben eine leckere Kugel Eis gekauft, die dir droht, wegzuschmelzen. Aber du bist der Retter der Kugel. Ehe sie davonfließen kann, schlägst du sie auf. Die Kugel muss nicht auf den Boden tropfen und du erfreust dich an ihrer kühlen Zartschmelzigkeit. Wow, was für eine Win-Win-Situation! Okay, aber was hat das mit diesem Bio-Video zu tun? Bleibt dran! Das sehen wir uns jetzt an. Es geht um die Endosymbionten-Theorie. Entstehung von Chloroplasten und Mitochondrien. Wir starten das Thema mit diesem Monstertitel erst einmal mit etwas Geschichte. Dazu werfen wir einen Blick auf das Ende des 19. Jahrhunderts. Hier entdeckte man das erste Mal Chloroplasten und Mitochondrien und um die geht es ja schließlich, wie der Titel des Videos schon verrät. Ein deutscher Biologe namens Andreas Franz Wilhelm Schimper stellte damals die Hypothese auf, dass Chloroplasten von freilebenden Einzellern abstammen könnten. Und genau daraus entwickelte sich die Endosymbionten-Theorie zur Entstehung der Mitochondrien und der Chloroplasten. Beziehungsweise genauer gesagt, den Plastiden, zu denen Chloroplasten gehören. Aber dazu gleich mehr. Es handelt sich dabei also um eine Evolutionstheorie. Was für ein Wort! Endosymbionten-Theorie. Okay, zerlegen wir das Wort einmal. Es beschreibt also die Theorie der Endosymbiose. Symbiose. Schon mal gehört, oder? Mit Symbiose wird eine enge Gemeinschaft verschiedener Arten beschrieben, die für beide Seiten vorteilhaft ist. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und kann mit Zusammenleben übersetzt werden. Die Vorsilbe Endo kommt ebenfalls aus dem Altgriechischen und bedeutet Innen. Endosymbiose beschreibt also das Zusammenleben zweier Organismen zum Vorteil beider, wobei einer der beiden in den Körper des anderen aufgenommen wurde. Quasi fast so wie du und dein Eis. Nur, dass das Eis natürlich kein Organismus ist. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017